Wiedva Sports ist mal wieder on Tour, diesmal sind wir in Fürstenwalde, in der Bonnavar Arena beim FSV Union Fürstenwalde. Wir treffen jetzt gleich Daryl Goertz und Joshua Putze, die beiden Spieler von Fürstenwalde. Die werden uns hier ein bisschen durchs Stadion führen, die Geschäftsstelle zeigen, uns auch in die Kabine lassen, da wo es für die Spieler am heiligsten ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken uns einfach mal hier um. Der FSV Union Fürstenwalde ist ein Fußballverein aus Fürstenwalde an der Spree. Im Jahr 2002 entstand der Verein aus einer Fusion der SG Union Fürstenwalde und dem FSV Wacker Fürstenwalde. Die Wurzeln des Vereins reichen allerdings zurück bis ins Jahr 1919. Im Jahr 2011 gelang erstmals der Aufstieg in die Oberliga Nordost und seit 2016 spät der FSV Union Fürstenwalde in der Regionalliga Nordost. In der viertklassigen Liga konnte der Verein in der Saison 2019-20 sogar mit einem vierten starken Platz abschließen und gewann den AOK Landespokal Brandenburg. Für uns ein Grund, den Verein zu besuchen, das Stadion, die Bonava Arena zu entdecken und interessante Gespräche zu führen. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo Jungs. Servus. Wir sind hier. Jetzt stehen wir hier vor dem Stadion mit Joshua und Daryl und ihr zeigt uns jetzt, wo ihr zu Hause seid. Wo fangen wir an? Direkt im Stadion? Ich würde sagen, wir gehen gleich ins Stadion, aber können kurz mal an der Geschäftsstelle vorbeischwenken. Können wir kurz mal reingehen und gucken, was die Leute da so am Machen sind. Alles klar, dann gehen wir da kurz Hallo sagen. Schönen guten Tag. Also das sind unsere beiden leitenden Personen hier, einmal für den Seniorenbereich. Wir nennen sie alle Manu, die für alles zuständig ist hier. Und drüben haben wir für den Jugendbereich unsere Jutta, die schon sehr viele Jahre hier ist und wir sie alle liebgewonnen haben. Nen Jutta? Ja, das war schön von den kleinen, aber schönen Geschäftsstelle. Die braucht man, ohne die geht's nicht. Die braucht man natürlich, ja. Ohne geht's nicht. Dann ab ins Stadion. Ab ins Stadion. Jetzt stehen wir hier vor einem grünen Container. Klar, hier ist viel grün, die Vereinsfarbe, aber was ist hier denn eigentlich hinter? Hinter dieser Tür verbirgt sich der Fanshop von uns, wo unsere Fans am Wochenende sämtliche Artikel kaufen können, um den Verein zu unterstützen, finanziell oder um ihre Liebe zum Verein auszudrücken. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. Gucken wir mal, was der zu bieten hat. Ja, ist jetzt nicht der größte, würde ich sagen, klein aber fein. Alles im Angebot, auch private Sachen, einwandfrei. Die Autogrammkarten hier, das ist eure kommende Meistermannschaft? Naja, nicht mehr alle. Es sind einige Spieler gegangen. Wir hoffen, dass wir sie leistungsstark ersetzen können. Aber ja, es ist ja klar, dass wenn du noch kein Team zusammen hast, dass du dann erstmal noch keine neuen Autogrammkarten hast. Aber die meisten sind schon in Arbeit von den Spielern, die halt noch geblieben sind. Sehr gut. Also auch in der kommenden Saison gibt's wieder alles da. Alles da. Gehört ja dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier ein Shirt, da steht drauf, Retter des Vereins. Was hat's denn damit auf sich? Das ist eine Aktion vom Verein aufgrund der schweren Corona-Krise, die den Verein natürlich auch finanziell getroffen hat. Für einen kleinen Obolus kann man sich dieses T-Shirt halt kaufen und damit den Verein finanziell noch ein bisschen unterstützen. Cool. Gute Aktion. Fanshop haben wir gesehen. Im Hintergrund haben wir das Stadion. Nächste Station ist? Der VIP-Bereich. Und Presse nach dem Spiel. Dann? Die Pressekonferenz. Dann hinter. So, jetzt sind wir hier im VIP-Raum. Schauen wir mal rein. Das ist ja ein Schmutzstück. Jetzt sind wir hier im VIP-Raum. Hier tummeln sich dann die Geldgeber und die wichtigen Herren und Damen. Ich sag mal, die Sponsoren meistens und die Angestellten halt vom Verein. Und ja, wie gesagt, Ben hat dann halt nach dem Spiel die Presskonferenzen gemacht. Mit dem Trainer und dem gegnerischen Trainer. Und ja, ich bin während des Spiels eigentlich auf dem Feld. Deswegen sehe ich nicht, ob welche Leute auch während des Spiels hier drinsitzen und das Spiel von hier aus zuschauen. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Sollte eigentlich so sein, ne? Dafür ist es gedacht, ja. Man hofft, dass die dann auch nochmal einen Blick aufs Spielfeld werfen. So sieht es aus. So, jetzt stehen wir hier direkt vor dem heiligen Rasen. Und ich würde sagen, wir wagen mal den Schritt, ne? Ja, dann überschreiten wir mal die heilige Schwelle. Zu unseren Heimspielen. Das ist das Stadion, wo wir unsere Heimspiele austragen. So manche Schlacht schon geschlagen haben. Dieses Jahr auch. Ja, aber allzu viel wollen wir euch jetzt nicht verraten. Weil später kommt dann noch unser Manager, der dann genauere Informationen dazu hat. Und euch ein bisschen was dazu erzählen kann. Dann werden wir den auch noch aushorchen. So, wir sind jetzt hier mitten auf dem heiligen Rasen. Und bei mir ist Sven Bethke, der Teammanager von Union Fürstenwalde. Und du, Sven, du erzählst mir jetzt ein bisschen was über das Stadion. Ja, also früher zu DDR-Zeiten war das der Trainingsplatz der Zweitliga-Mannschaft. Irgendwann 2009, 2010 haben wir uns überlegt, dass wir einen reinen Fußballstein bauen wollen. Haben uns viele belächelt, weil früher eben auf dem normalen Platz mit Aschenbahnen gespielt wurde. Und haben dann in dem Oberliga-Jahr 2012 die Haupttribüne gebaut mit ein paar Sitzplätzen. Die grünen Sitzschalen sind von Union Berlin, weil wir da eben noch eine Beziehung zu haben. Und im Jahr 2013, Pokalfinale, haben wir dann den Gästeblock gebaut. Wo wir dann im Endeffekt auch 1.200, 1.300 Gäste unterbringen können. Und ja, kleines Schmuckstück, relativ eng. Und für viele dann eben auch schwer zu bespielen. Wir als Verein finden es toll, weil eben wirklich unser Aushängeschild ist. Enge Stadien mögen viele nicht. Gastmannschaft nicht, genau. Ja, das ist richtig. Ja, sicherlich. Und ja, als Auflage war dann vom Verband in den letzten Jahren eine Überdachung herzustellen und eben Flutlicht zu bewerkstelligen. Das Dach haben wir im letzten Jahr gebaut. Ist auch von der alten Försterei von Union Berlin. Haben wir dann mit relativ viel Aufwand und Eigenleistung gebaut. Und jetzt ist die komplette Haupttribüne im Endeffekt überdacht. Jetzt in der Sommerpause und Herbst kommt das Flutlicht. Das heißt also, dann haben wir für die Regionaljahr ein ordentliches Licht und können eben auch Freitagabend spielen oder eben auch am Mittwochabend spielen. Und ja, freuen uns, je mehr Zuschauer kommen, desto besser. Und wenn dann, ich sag mal, das Stahlen relativ voll ist, ist das schon eine schöne Stimmung hier. Wie viel gehen hier rein, maximal? Ungefähr 7.000. 7.000. Und die, quasi die Haupttribüne ist ja zu einem guten Teil von Union. Die Sitzschalen waren so in dem Grün bei Union drin oder habt ihr die umgefärbt? Nee, also die Sitzschalen waren zu einer Hälfte blau und zur anderen Hälfte grün. Die blauen haben wir verkauft, die grünen haben wir alle behalten. Und ja, die waren so. Also damals ganz früh, bevor Union halt in Rot umgespritzt hat und ja. Also ein Hauch eiserner Brauch hier in Fürstenwalde. Jetzt sitzen wir hier gerade auf den legendären grünen Sitzschalen aus der alten Fürsterei, jetzt hier in Fürstenwalde verbaut. Und die haben eine ganz besondere Geschichte. Nicht nur, dass sie aus dem Unioner Stadion kommen, sondern die kann man sich auch... Sein Leben lang erkaufen mit dem Sitzplatz, mit dem freien Eintritt. Das heißt also, lebenslang sich den Platz sichern und bei allen Spielen freien Eintritt um eine Hälfte zu haben und jetzt für 777 Euro. Also selbst wenn es in die dritte Liga mal geht oder DFB-Pokal, kann man eben hier kostenlos auf seinem reservierten, bezahlten Sitzplatz Platz nehmen. Und man kriegt den irgendwie sogar markiert, ne? Da wird von hinten, ja, der Name mal eng graviert oder ein Aufkleber drauf, dass man mit oder so ein Plättchen, dass man eben wirklich sieht, wer dort sitzt und wem der Platz hier hört. Also, lebenslange Dauerkarte, warum nicht? Genau. Also wenn ich jetzt die 777 Euro über habe und habe Bock auf so einen Sitzplatz, will auch in den kommenden Jahren hier mit dabei sein, was mache ich dann? Dann kann man ganz normal auf der Homepage sich das angucken und hat auch den Hinweis, wo man überweisen muss mit welchem Slogan und dann bekommt man eine Aktie dafür, dass man eben den Sitzplatz erhalten hat und einen lebenslangen Eintritt frei. Und den darf ich mir selber aussuchen? Den darf ich mir selber aussuchen. Wunderbar, cool. So, jetzt stehen wir hier vor der Sponsorenwand. Klar, Sponsoren, ohne die geht es nicht mehr im Sport. Du erzählst uns was, wen habt ihr als Sponsor und wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Sponsor und Verein bei euch? Ja, also mittlerweile haben wir 150 Sponsoren, fast alle hier außerhalb, in unserer Region sicherlich auch ein paar weiter weg. Das sind die Haupt- und VIP-Sponsoren, die wir hier haben. Ansonsten versuchen wir die zu begleiten, zu helfen. Die kommen öfter zu den Spielen, haben einen guten Kontakt, versuchen auch so ein bisschen Marketing zu machen und das Netzwerk aufzubauen, wo wir irgendwann sagen, gut, die machen untereinander auch ein bisschen Business. Und viele Sponsoren sind seit 10, 15 Jahren dabei und kommen immer mehr dazu. Selbst jetzt in der Krise war das so, dass wir also ziemlich neue Sponsoren bekommen haben. Klar, logischerweise, ein paar haben eben auch gesagt, ein bisschen warten. Aber bis jetzt sind alle Sponsoren zufrieden, weil man eben auch in die Infrastruktur investiert hat, in den Nachwuchs investiert hat, in den Sport. Also alle zusammen, die eben auch um das Gelände kümmern und die Sponsoren in Glorikian zufrieden sind mit uns. Okay, das heißt also hier ist es nicht so, dass der Sponsor sagt, er kriegt hier seinen Werbesticker, pumpt ein bisschen Geld in den Verein und das war's. Hier ist ein aktives Zusammenleben mit den Sponsoren gewährleistet. Aktives Zusammenleben und dann merken die auch, dass man mit dem Geld, was man bekommt, eben doch wirklich sinnvoll umgeht. eben doch in Steine investiert, in die Infrastruktur und das haben wir eben die ganzen Jahre schon gemacht und deswegen sind auch ganz viele treu und findet eben auch gut, wie wir das machen. Die nächste Zeit steht auch an, dass da so ein paar Partnerprogramme starten, wo eben die Zuschauer und die Fans eben auch bei Sponsoren eben bestimmte Vergünstigungen haben, da eben die Zusammenarbeit noch verbessern wollen und eben auch der Re-Invest im Vordergrund steht. Okay, das klingt doch wunderbar. Das klingt doch nach einer großen Familie hier in Fürstenwalde. Jetzt noch die entscheidende Frage im Blick in die Zukunft. Wo steht der Verein in fünf Jahren und oder beziehungsweise in zehn Jahren? Oder beziehungsweise wie sieht es hier dann aus? Also wir haben ja die letzten zehn, 15 Jahre hier viel in Infrastruktur investiert und wollen also die nächsten Jahre auch weiter ordentlich und solider arbeiten. Ich sag mal, die Plätze weiter ausbauen. Joschi hat ja schon gesagt, den Kunstrasenplatz bauen. Wollen hier nochmal zwei kleine Felder machen, wo man so einen Käfig hat und ein bisschen Fußballtennis trainieren kann. Und hoffen, dass wir sportlich, ich sag mal, ein Top-Team der Regionalier bleiben. Was dann danach kommt, das ergibt sich dann automatisch. Das kann man sich nicht erkaufen und nicht erzwingen. Ich schweige denn, kann man davon träumen. Aber zum Schluss wird die Grundsoliderarbeit immer irgendwo belohnt und das machen wir, glaube ich, jedes Jahr. Und deswegen wartet auch eine sehr internationale Saison dieses Jahr und gucken, dass wir so weiterarbeiten. Gut. Also quasi, Stillstand ist nicht geplant und irgendwann mal zufrieden ist man hier auch nicht, sondern hier wird sich weiter nach vorne entwickelt. Hier, Stillstand soll nicht passieren und klar, logischerweise, manchmal geht es schneller, manchmal langsamer. Aber wir wollen uns hier jetzt ja ein bisschen weiterentwickeln, auf allen Ebenen. Na dann. Auch da werden wir dranbleiben und damit verfolgen. Das sind hier die legendären Eistonnen, Permertesacker-Gedächtnis-Tonnen. Das sind die Permertesacker-Gedächtnis-Tonnen, ja. Alles noch ein bisschen altmodischer gehalten, aber es erfüllt seinen Zweck. Was ja das Wichtigste ist, nach einer anstrengenden Einheit sich abzukühlen zur Regeneration. Daneben haben wir dann direkt die Sauna. Mal rüber gehen. Hoffentlich ist keiner drin. Das wollen wir euch nicht antun. Genau, das ist jetzt der Sauna-Bereich, der halt auch nach dem Training offen ist für die Spieler, dass sie reingehen können. Ein bisschen zur Erholung. Es ist eher von den älteren Spielern besucht. Die Jüngeren halten noch nicht so viel davon, aber das werden sie, glaube ich, auch noch in den Jahren zu schätzen wissen. Auf jeden Fall. Und hinter dieser Tür gibt es jetzt ein bisschen Action für uns zu sehen. Da befindet sich nämlich... Unser Kraftraum, Schrägstrich unser Aufenthaltsraum zwischen den Einheiten. Wenn wir zwei Einheiten haben, da hängen wir halt dann manchmal ab, relaxen ein bisschen. Und die, die ein bisschen fleißiger sind, sind dann an den Geräten dran. Dann gucken wir mal, ob hier gerade jemand fleißig ist. Guck mal, da. Wird fleißig gepumpt. Guten Abend. Servus. Grüß Gott. Grüß Gott. Schönen guten Tag. Seltener Anblick, die zwei hier. Wir haben mal was ganz Seltenes zu Gesicht bekommen heute. Stellt mal vor, eure Kollegen, wer ist jetzt hier gerade am Pumpen? Ja, also einmal sehen wir uns hier unseren Torhüter, David Richter, der seit zwei Jahren im Verein ist. Unser Stammtorhüter, der uns letztes Jahr in einigen brenzligen Situationen gerettet hat. Und dann haben wir einmal den Johann Martinez, der da gerade die Gewichte stemmt, der seit einem halben Jahr da ist. Der ist letzten Winter gekommen. Und ja, ich glaube, der zweite Saison Torhüter hat er auch noch gemacht. Damit eins mehr als der Torhüter. Damit eins mehr als der Torhüter. Damit eins mehr als der Torhüter. Oder? Liegt's da falsch? Liegt's da falsch? Ja, stimmt schon. Sehr bescheiden, der Junge. Wenn man schon mal als Torwart ein Tor macht, dann kann man's eigentlich auch feiern, oder? Stimmt schon. Das muss man auch raushängen lassen dann. So. Ein, zwei Scheiben zuviel drauf, ja? Es ist vorbei, kam auch was aus. Lies aus, kann's runterlegen. So, gut. Und ziehen Hand. Zwischen den Einheiten wird dann auf dem Sofa sich ein bisschen ausgeruht. Ich seh gar keine Playstation. Das hatten wir mal, muss ich ehrlich sagen, das hatten wir letztes Jahr da gehabt. Da hatten wir auch einen Fernseher gehabt, Playstation. Aber da sie dann nicht mehr so oft benutzt wurde, haben wir uns gedacht, packen wir sie weg wieder. Der Fernseher steht jetzt bei uns im Physio-Raum drin. Da haben wir dann halt ein paar Sachen am Laufen. Ansonsten stand hier mal eine Tischtennisplatte drin. Da gibt's eine lustige Geschichte dazu. Da haben wir auch gleich die richtige Person hier neben uns. Die hat er dann nicht kaputt gemacht, hat er gegengeschossen. Voller Wut, weil er mal wieder verloren hat. Aber naja. So ist das halt, ne? Eine neue hat er noch nicht gebracht. Wir hoffen, dass das dieses Jahr passieren sollte. Aber schauen wir mal. Aber die Dartscheibe, die hängt noch? Die hängt noch, die hängt noch. Da haben wir unseren Dartexperten auch gleich. Ja? Das ist der, der eigentlich alle immer fertig macht. Ja, auf dem Weg zu den Kabinen haben wir auf der rechten Seite unsere kleine Spinne, sag ich mal. Wo unser Betreuer jedes Mal nach Nummer sortiert die Trainingssachen rauslegt für uns. frisch gewaschen natürlich. Hoffe ich zumindest. Ja. Und dann am Spieltag gibt es die Bespielkleidung drin. Genau. So. Gehen wir kurz nochmal hier in die Physioabteilung, in den Physioraum. Hier wird getaped und geknetet. Genau. Hier ist unser Physio am Werke, der die Spieler probiert so einigermaßen fit zu halten. Und mit den verletzten Spielern halt dann seine Sessions abzieht. Wie oft liegt man hier als Spieler? Der war ein bisschen öfter als der Rest. Das ist nicht wahr. Aber ja, man liegt schon des Öfteren hier. Es ist ja auch nicht immer nur wegen einer Verletzung, sondern man kommt ja auch hier einfach um sich halt ein bisschen ein paar kleine Bewegchen halt ein bisschen raus zu massieren zu lassen. Oder halt generell, wenn man ein paar Sorgen hat, kann man sich immer gerne zum Physio gehen und sich ein bisschen behandeln lassen. Ja, ist auch immer was Angenehmes, ne? Genau. Wenn man massiert wird. Ja, bei unseren Physioren. Die Kabine, die ist noch da. Ja. Die zeigt er uns jetzt noch? Die sogenannten Heiligen Hallen. Zur rechten Seite haben wir einmal, also es ist zweigeteilte Kabine. Einmal rechte Seite und Gegenseite. Auf der rechten Seite sitzen größtenteils die jüngeren Spieler mit ein, zwei Ausnahmen, die jetzt schon länger hier sind, die da so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass immer Ordnung und Sauberkeit eingehalten wird. Brauchen die Jungen das? Ja, die brauchen das. Ja, definitiv. Ja, wenn das nicht fast gibt es auch die ein oder andere Staffel natürlich. Und auf der anderen Seite sitzen dann die Älteren, die Gestandenen, die die Ordnung von alleine halten. Die vor dem Spiel ein bisschen ihre Ruhe haben wollen. Ganz genau. Dann können wir gleich mal reingucken. Wir gehen noch einmal durch, ne? Ja, die Spinde sind nicht mehr die neuesten, aber sie erfüllen ihren Zweck. Hat eigentlich fast jeder zwei Spinde, würde ich sogar sagen. Also mehr als genug Platz, um seine persönlichen Sachen auch zu verstauen. Dann haben wir noch Kühlschrank und Mikrowelle für die Zeit zwischen den Trainingseinheiten, wo jeder sein Essen mitbringen kann oder sich warm machen kann, damit man hier nicht nochmal los schießen muss, sich irgendwas holt. Hier oben sind die Schuhe, immer ordentlich aufgereiht, extra für euch. Wie viel Paar Schuhe verbraucht ihr in der Saison? Boah, es ist unterschiedlich. Drei, glaube ich. Manche spielen gerne mit alten Botten länger, auch wenn sie schon einigermaßen kaputt sind. Manche legen halt Mehrwert drauf, dass die Schuhe immer schön neu sind für ein Spiel. Ich zum Beispiel habe für die Spieler halt immer meine Paare, die ich halt nur bei den Spieltagen benutze. Boah, du musst dein Geld verdienen hier, ne? Wahnsinn. Mann, Digga, ey. Ja, genau. Deswegen laufen wir einfach mal durch. Dann sehen wir kurz noch den Duschbereich, der halt zwischen den Kabinen ist. Ist auch in dem ein oder anderen spinnt schon die ein oder andere Beule drin. Ja, boah. Ein bisschen Frust dabei gewesen. Aber deswegen ist ja gut, dass sie noch so alt sind, da kann man das auch rauslassen. Wenn neun ist, dann scheiße. Genau, jetzt haben wir hier den Duschbereich. Auch noch nicht so groß. In Planung ist halt in den nächsten Jahren, dass wir die Kabinen halt sozusagen eine große Kabine machen, dann halt auf der anderen Seite halt auch einen Duschbereich nur haben. Dass wir halt auch ein bisschen mehr Teamfeeling haben, dass die Spieler sich halt untereinander alle sehen in den Kabinen. Und ja, aber ist halt wie gesagt erst noch in Planung. Und hoffen wir mal, dass es in den nächsten Monaten, Jahren halt dazu kommt. Genau, jetzt sind wir in der Kabine von den älteren Spielern. Natürlich haben wir die drüben ein bisschen aufgeräumt. Eigentlich sieht man den Unterschied, dass hier die älteren Spieler sind. Aber ja, genau. Die sind halt die älteren Spieler. Wir können euch auch mal einen Splint zeigen, damit ihr mal reingucken könnt, wie es halt so ein bisschen aussieht in den Splinten. Nimm mal da hin. Ja, weil nimm mal gleich. So hier zum Beispiel. Ja, das gehört dann halt auch dazu, ne? Das ist halt immer noch eine Männerkabine, ne? Ja. So sieht's aus. Genau, jetzt haben wir halt hier, hier verbreite ich halt meine Schuhe zum Beispiel. Das sind halt dann eher die Trainingsschuhe hier unten. Und hier oben habe ich dann halt meine Spielschuhe, die ich halt nur für den Spieltag benutze. Also deine Schuhe sind jetzt hier oben nicht mit dabei? Meine sind nicht hier oben mit dabei, weil ich halt gerne meine Sachen alle bei mir habe und nicht verteilt in der Kabine. Das ist irgendeine Zwangsstörung. Genau. Ich bin halt ein sehr ordentlicher Typ. Hier haben wir halt die Spielkleid, äh, Spielklamotten. Äh, die Trainingsklamotten. Genau. Ja. Ich bin halt auch einer der wenigen Spieler, die halt mehr Spinte haben. Genau, vier an der Zahl. Aber ne. Wenn man so lange schon im Verein ist, ne. Dann hat man halt auch ein paar mehr Privilegien. Und dann natürlich, äh, die Lieblingsspieler und die großen Vorbilder, die hat man natürlich dann auch am Spieltag. Den habe ich in der Saison lieb gewonnen, deswegen habe ich ihn hier aufgehangen. Wir sind noch ein paar Ex-Spieler, der vor ein paar Jahren hier war. Martin Zorowski. Dann unser Torwarttrainer, der auch vor, ich glaube, lass mich lügen, drei, vier Jahren hier war. Marco Senja. Wie man sieht, hat er mal bei Hertha gespielt. Genau. Und das ist das Werkzeug von Joshua. Der macht immer vorm Training seine Schlagermusik an, die ich nicht gerne höre. Aber was soll mir anders übrig bleiben? Du bist der Kabinidide? Meistens, ja. Hat halt auch den besten Geschmack, ne. Wie man auch an den Kleidungen sieht, ne. Ist ja super. Jetzt schmeichelt es nicht mehr. Das ist halt ein guter Tag. Was braucht die Mannschaft für Musik, um richtig heiß zu werden vorm Spiel? Naja, ist ja unterschiedlich. Hat ja eigentlich jeder was anderes. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, geht es in die Richtung A und B oder Diedrap bei uns eigentlich. Und nach den Spielen gibt es ab zu mal Schlagermusik von den ganz Älteren, wo wir noch zwei haben. Je nachdem, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Je nachdem, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Natürlich. Also nach dem Sieg dann. So, jetzt waren wir quasi schon überall. Aber wir gucken uns noch das Büro von eurem Cheftrainer an. Genau. Und schauen uns an, wie er die Taktiken vorbereitet. Wenn er jetzt nicht da ist. Wenn er da wäre, dann würde das glaube ich nicht erlauben. Aber wir schauen einfach mal rein, ne. So, sind wir angekommen. Gehen wir mal kurz rein. Auch ein kleiner Raum. So, das ist halt der Trainerraum. Ja. Wo er seine ganzen Informationen über die Spiele und so weiter überall ausgegangen hat. Ja. Jetzt sieht er die Fäden über die Mannschaft. Ist er natürlich jetzt zur Zeit sehr viel am Arbeiten. Dadurch, dass wir halt neue Spieler brauchen. Dadurch, dass da ein paar gegangen sind. Aber ja. Haben natürlich vollstes Vertrauen in unser Trainer. Und hier werden dann noch die Spielergespräche geführt. Die werden hier auch geführt. Ja. Ja, so hat jeder seinen Ballast, ne. Muss es ja auch in jeder Mannschaft geben, ne. So sieht es aus. Reibung muss sein. So, dann muss ja so ein Spiel auch gut vorbereitet sein. Das macht ihr nicht in der Kabine, sondern im Besprechungsraum. Genau. Dafür haben wir einen extra Besprechungsraum, wo wir halt alle reinpassen. Und uns alle angucken können gegenseitig. Wo wir dann auch die Videoanalysen machen. Vom Gegner oder von unseren eigenen Spielen vorher. Und es ist natürlich besser, wenn du in einem großen Raum hast, wo alle zusammensitzen. Also unten in der Kabine, wo man getrennt ist. Wie viel Zeit. Dann schauen wir mal rein. Genau. Jetzt haben wir hier unseren Beamer, wo halt dann die Spielanalysen vorgeführt werden vom Trainer. Die Taktiktafel, wo er halt die Taktik vorgibt für den Spieltag. Genau. Und wir treffen uns halt vor jedem Spiel, wo er dann die Aufstellung ansagt und alles. Und dann meistens nach dem ersten Trainingstag, wo wir halt dann die Spiele analysieren. Vom vorigen Wochenende. Also hier wird bekannt gegeben, wer mit dabei ist, wer auf dem Platz steht. So sieht es aus. So sieht es aus. Unser Haupttrainingsplatz, wo wir eigentlich die meiste Zeit in der Woche verbringen. Ja. Hier machen wir unser alltägliches Handwerk. Probiert der Trainer uns alle Sachen beizubringen, die er so über die Jahre gelernt hat. Und genau. So sieht es aus. Wie viele Stunden in der Woche verbringt ihr hier, wenn man davon ausgeht, am Wochenende Spiel? Ja, also meistens geht eine Einheit eine Stunde dreißig bis zwei Stunden. Und ja, von der Anzahl her sind wir so bei sechs Einheiten in der Woche. Genau. Aber wo halt es auch immer angepasst ist. Manchmal mehr Belastung, manchmal weniger Belastung. Freitags zum Beispiel haben wir immer frühs nur Fußball-Tennis. Genau. Jetzt sind wir an zwei weitere Trainingsplätze angekommen, wo dann halt auch meistens die Jugend trainiert, aber die halt so schon auf Großfeld trainiert. Und genau. Und hier werden halt dann auch meistens von der zweiten Mannschaft, wenn sie nicht ins Stadion dürfen, werden dann halt hier meistens die Spiele von der zweiten Mannschaft ausgetragen oder AK-35. Und ja. Wieso darf die zweite Mannschaft nicht ins Stadion? Kommt halt immer darauf an, wie das halt gelegt ist. Wenn wir am Wochenende natürlich da drin spielen oder halt am Samstag oder am Sonntag, ist halt natürlich schlecht, wenn sie einen Tag vorher da reingehen. Dann ist der Platz halt natürlich ein bisschen nicht so schön, wie er halt ist, wenn keiner drauf war. Deswegen ist das passt. Wenn es passt, dann dürfen sie rauf. Wenn wir Auswärtsspiele haben zum Beispiel, sind sie halt meistens im Stadion am Spielen. Aber ansonsten sind sie dann meistens hier auf den Plätzen. Jetzt stehen wir hier auf einem Stück Boden. Der sieht ein bisschen brach aus und es ist nicht der Parkplatz. Sondern? Nee, hier soll, also noch ist es der Parkplatz irgendwie für uns vor den Heimspielen zum Beispiel. Da fahren dann die Spieler immer hier raufpacken, weil vorne dann für die Fans ist und so. Aber hier soll ein Kunstrasenplatz hin. Okay. In nächster Zeit irgendwie der neuesten Generation halt, dass du, weil jetzt im Winter fahren wir meistens in die Stadt rein zum Kunstrasenplatz da trainieren, bist du aber halt auch darauf angewiesen, was die Stadt sagt, ob sie erlaubt, dass du da trainieren darfst oder nicht. Deswegen haben die vor, hier einen hinzubauen. Hier drüben sieht man jetzt auch noch ein paar Metallteile und Stützen, was Sven ja vorhin meinte, von dem Dach sind das noch übrig gebliebene Teile, die hoffentlich nicht gebraucht wurden, sodass das immer noch stabil ist. So, jetzt stehen wir hier vor der Nachwuchs-Arena. Die gab es damals, als du hier im Nachwuchs gespielt hast, noch nicht. Und Putzer hat sich ein bisschen verändert. Nein, du hast uns einen neuen Gesprächspartner mitgebracht hier. Genau, also wie gesagt, die gab es damals noch nicht. Es hat sich über die Jahre erst alles so ergeben, wo natürlich Frank, Franky, sehr zuständig war dafür, sich da sehr gut bemüht hat. Und ja, das ist unser Nachwuchsleiter. Und Franky, paar Worte zu unserem schönen Nachwuchs? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin hier seit zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren jetzt Nachwuchsleiter. Wir haben uns dem Leistungssport wieder angepasst, heißt, wir bieten hier leistungsorientierten Nachwuchsfußball. Wir bilden für Sportschulen aus, heißt für das Nachwuchsleistungszentrum Cottbus und Sportschule Frankfurt, wo wir Spieler hin delegieren. Und wir haben natürlich auch nicht nur in Spieler investiert, sondern auch in die Örtlichkeiten, heißt Trainingsbedingungen. Wir haben eine Kleinfeldarena geschaffen in den letzten zwei Jahren mit Sitzstribüne, die noch nicht ganz fertig ist. Da sind noch ein paar Sachen zu machen. Aber hier findet der Spielbetrieb in den Kleinfeldmannschaften statt, von den Bambinis bis zur D. Und wir haben insgesamt im Verein im Augenblick im Wettkampfbetrieb 17 Mannschaften, davon zwei Mädchenmannschaften, eine Frauenmannschaft. Und alle Mannschaften von der A bis zur D spielen im Landesbetrieb, also in den höchsten Spielklassen des Landes. Und ja, wir bilden aus. Unser Hauptaugenmerk liegt halt auf der Ausbildung von Jugendlichen. Und die ist uns, denke ich mal, in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut gelungen. Wir haben in diesem Jahr insgesamt neun Spieler zu den Sportschulen und nach den Leistungszentren abgegeben. Und von daher ist die Arbeit recht erfolgreich. Wenn es für uns auch immer schwer ist, dann halt die Lücken zu füllen. Aber es ist halt so im kleinen Bereich. Und wir hoffen halt, dass irgendwann mal einer von den Jungs dann es schafft, auch mal ganz oben anzukommen. Aber da müssen wir dann noch ein paar Jahre warten. Ab wann kann man hier in Fürstenwalde in der Jugend anfangen? Ab welchem Alter? Also wir bieten ja schon an im Bambini-Alter. Das ist im Augenblick der Jahrgang ab 2014. Die sind hier in den spielerischen Elementen. Da ist sehr viel mit Ball und sehr viel Spiele und Koordinationssachen. Da fangen die ersten Kids an. Aber Leistungsfußball als solches betreiben wir ab dem E-Alter. Also das heißt ab zehn Jahre. Wo dann halt auch regional die Besten im Augenblick von anderen Vereinen zu uns kommen. Das heißt regional in den unteren Bereichen wird sehr gut ausgebildet. In Storkow, wo wir von den letzten Jahren sehr viel hatten. Bad Saarow ist eine Hochburg gewesen, wo wir in diesem Jahr sehr viele E-Spieler bekommen haben. Dazu gehört dann noch Rauen und alles was so umliegend um Fürstenwalde ist. Da schauen wir dann hin, sichten und gucken, dass wir diese Spieler dann letztendlich auch bei uns unterbringen. Dass sie die Möglichkeit haben mit den Besten zu trainieren und halt auch im Spielbetrieb gegen die Besten zu spielen. Wie viele Kinder und Jugendliche sind aktuell im Fall? Zirka 350 mit Mädchen. Und du verwaltest die dann alles und koordinierst das alles? Ich bin nicht ganz allein. Ich habe noch die Jutta Wittlack, die mir den ganzen Schreibkram abnimmt und die ganzen Meldungen fertig macht. Ich bin hauptsächlich meistens draußen auf den Plätzen unterwegs, schaue mir die Trainingseinheiten an, weil wir auch sehr viel Wert auf qualitativ hohe Trainings legen, wo wir dann halt die Trainer auch entsprechend ausbilden lassen. Also auch das bezahlen wir als Verein. Und wir haben nur mal als Hausnummer, als ich angefangen habe, hatten wir ein ETA von ca. 25.000 Euro zur Verfügung für den Nachwuchsbereich. Den habe ich in den letzten drei Jahren auf fast 100.000 Euro geschraubt. Also auch unsere Arbeit wird von den Sponsoren, die regional und teilweise auch überregional kommen, von überregional kommen, sehr gewertschätzt, die dann jedes Jahr auch wieder dabei sind und uns finanziell unterstützen, um halt auch den Nachwuchs dort zu fördern. Ohne die Unterstützung von außen geht es halt eben nicht mehr, ne? Nein, überhaupt nicht. Wo soll es hingehen in den nächsten Jahren noch im Jugendbereich? Was sind da eure Ziele? Was habt ihr euch ausgemacht? Naja, im Jugendbereich, also Ziele sind erstmal die Mannschaften halt wirklich in den Landesbereichen zu halten. Und da ist es so, dass wir bestimmte Jahrgänge, das heißt vor drei Jahren, als ich angefangen habe, hat sich ja erst diese Trainingsstruktur alles verändert. Da muss man jetzt Zeit gewinnen und muss sagen, in den Jahrgängen von 2005 bis 2002 war die Ausbildung nicht so prickelnd, wenn wir es mal human betrachten. Also da fehlt doch einiges in den technischen Voraussetzungen, wenn man sich heute die Jungs anguckt in den Trainingseinheiten. Also da ist einiges in der Jugend auf der Strecke geblieben und so eine Lücke füllt man so schnell nicht. Und ab den Jahrgängen 2006 bis runter ist es jetzt so, dass schon ein Qualitätssprung zu sehen ist. Und da muss man jetzt sehen, wo sich die Jungs hin entwickeln, wie weit wir kommen. Und dann muss man halt schauen, ob man eventuell mal den Regionalligaaufstieg dann halt anpeilt in den A-, B- und C-Bereichen. So ist eigentlich der Gang und der Werdegang, dass man da halt schaut in den nächsten fünf Jahren. Also man hat immer, oder ich persönlich habe immer für mich so einen Fünfjahresplan, wo ich sage, das muss in den fünf Jahren passieren. Und dann kann man darüber nachdenken, über Aufstieg Regionalliga, also wäre jetzt das nächste Ziel. Und da muss man einfach schauen, wie weit wir da kommen. Das klingt doch ambitioniert. Das werden wir auf jeden Fall weiter begleiten. Danke dir an der Stelle für den Einblick in den Nachwuchs. Ja, und wir werden uns weiter verfolgen, wie es hier in den nächsten Jahren weitergeht. So, wir sind einmal über das komplette Gelände vom FSV Union Fürstenwalde rüber. Ja, wir sagen auf jeden Fall Danke für die Führung und die Einblicke hier in euer Trainingsgelände. Und dann sehen wir uns zum Saisonbeginn auf jeden Fall wieder hier, wenn es dann wieder losgeht. Hoffentlich dann auch mit Zuschauern. Ja, gehört ja dazu zum Fußball. Absolut. Super.